Hey! Es ist schon Ewigkeiten her, dass ich mal vor der Kamera stand und ein Video aufgenommen habe. Um genau zu sein, ist mein letztes, etwas aufwendigeres Video schon fast 5 Monate her und zu guter Recht haben mich daher einige auf Twitter oder auch hier unter den Kommentaren, in den Kommentaren, gefragt, ob es denn eigentlich noch Videos auf diesem Kanal geben wird und ob ich denn eigentlich irgendwann mal weitermache. Seitdem ich wieder in Deutschland bin, gab es eigentlich einige Sachen, die ich gern geklärt haben wollte, bevor ich mich wieder aktiv um diesen Kanal hier kümmere. Das hat bisher nicht so 100% geklappt, aber trotzdem hatte ich irgendwie Lust, hier wieder aktiver zu werden und ja, eure Nachfragen, ob denn noch was kommt, hat mir gezeigt, dass ihr auch Lust darauf habt. Deswegen möchte ich mit diesem Video eigentlich vor allem euch mitteilen, dass ja, es wird wieder Videos geben und ich werde ab sofort versuchen, wieder regelmäßiger öfter Content hochzuladen. Was genau für Videos hier kommen werden, da möchte ich eigentlich noch nicht so viel drüber verraten. Ich habe viele Ideen, die ich gerne umsetzen möchte. Was davon aber am Ende wirklich klappt, das werden wir sehen, sage ich mal. Ihr könnt euch aber auf jeden Fall auf Content freuen, der sich mit Japan oder japanischen Dingen befasst. Also keine Sorge, es wird ähnlich weitergehen, wie es bisher eigentlich auch schon war. Also kurz gesagt, ja, es wird wieder Videos geben und hoffentlich auch sehr bald schon wieder relativ regelmäßig. Eine zweite Sache, die ich an dieser Stelle in diesem Video ansprechen möchte, ist, dass ich jetzt 5 Monate so gut wie inaktiv war und trotzdem über 300 neue Abonnenten gewonnen habe und dafür wollte ich mich mal wieder sehr stark bei euch bedanken. Denn es ist nicht normal, dass wenn man komplett inaktiv ist, dass so viele Leute bei einem bleiben und auch so viele neue Leute dazukommen. Das zeigt mir eigentlich, dass der Content, den ich bisher so produziert habe, relativ nachhaltig ist, sage ich mal. Das heißt, dass er trotzdem geschaut wird, obwohl er nicht top aktuell ist. Und das ist für mich ja auch eine sehr große Sache und es freut mich sehr, dass euch die Videos immer noch gefallen und immer noch neue Leute sozusagen dadurch angezogen werden. Deswegen an dieser Stelle nochmal ein sehr großes Dankeschön an euch alle, alle, die mir treu geblieben sind und ein sehr herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Ja, es geht hier jetzt wieder weiter. Und dann noch eine letzte Sache, die ich in diesem Video heute ansprechen möchte. Und zwar war ich ja, seitdem ich wieder in Deutschland bin, schon auf der Konichi und auf der Dedeko unterwegs. Und hinterher habe ich immer so ein paar Kommentare bekommen von wegen so Hey, warum hast du dir nicht vorher Bescheid gesagt, wo du bist, dass du dort bist, etc. Ich habe zwar auf Twitter immer so ein bisschen eine Woche vorher oder so ungefähr Bescheid gesagt, aber ja, da erreicht es halt nicht ganz so viele Leute wie hier. Deswegen dachte ich, nutze ich dieses Video einfach dazu, um euch zu sagen, auf welchen Events ich dieses Jahr noch unterwegs sein werde. Als allererstes hätten wir da den Japantag noch jetzt im Mai. Ich glaube, der 25. Mai ist das. Dann werde ich im Juni, Ende Juni auf der Comic-Con in Stuttgart unterwegs sein. Danach dann im August, ich glaube Anfang August ist das, die Animagic. Und dann im September, wie letztes Jahr, auch wieder die Konichi. Vielleicht kommen noch ein, zwei andere kleinere Events dazu, aber das ist erstmal der Plan, mein Plan für die Cons 2018. Falls ihr auch auf den Events unterwegs seid und mir über den Weg lauft, dann wirklich keine Scheu haben. Kommt zu mir, sagt Hallo, wir können ein bisschen quatschen. Ich finde es auch super spannend zu erfahren, wer eigentlich so meine Videos schaut, wer ihr sozusagen seid. Und ja, es ist so, ich weiß nicht, wie ihr ausseht und ihr wisst, wie ich aussehe. Deswegen kommt ruhig auf mich zu und sagt einfach Hey und ja, dann können wir ein bisschen quatschen. Fände ich cool. Ja und das war es dann eigentlich auch schon wieder für das heutige Video. Ich weiß, dieses Video ist wahrscheinlich überhaupt nicht nachhaltig und überhaupt nicht interessant. Aber ich hoffe einfach, dass dieses Video auch für mich so ein bisschen wieder der Auftakt sein wird, um wieder aktiver und regelmäßiger Content hochzuladen. Und ich wollte einfach, dass ihr Bescheid wisst, was so los ist und was, ob und was jetzt auch halt noch kommt. Und ja, deswegen hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.